Willkommen in Ihrer Agentur für Arbeit. Wenn Sie Fragen rund um das Thema Arbeitslosengeld II haben, auch unter dem Namen Hartz IV bekannt, drücken Sie bitte die 2. Bitte tippen Sie die Postleitzahl Ihres Wohnortes ein. Anfragen zum Thema Arbeitslosengeld II, auch unter dem Namen Hartz IV bekannt, beantwortet gerne Ihre zuständige Arbeitsgemeinschaft oder Ihr Jobcenter. Die Agentur für Arbeit kann zu Arbeitslosengeld II leider keine Auskünfte mehr geben.